fähr gemacht da muss man sich gar nicht sein genick brechen beim pilze sammeln aber vielleicht doch aus der höhe bei nicht zu springen eine etwas klarere sicht da geht es wahrscheinlich nur von oben her rein oder wie sehe ich das nicht zwingend das kann es ja nicht sein dass wir jetzt beim runterspringen hier noch die beine brechen doch da lang geht es definitiv dann mach mal dann 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 Stacheldraht, wie unschön. Skorpioide Eidechsen. Ja, das war's dann. Ja, das war's dann. Okay, Karte hilft. Es muss hier rein gehen, aber in dem Fall. Was waren drei Meter? Sorry, zu spät gesehen. Von lauter Konzentration auf meine Kletteraktion hier. Ach so, der Sprung meinst du? Mein Todessprung. Ja, okay. Da können schon mal die Unterschenkel an den Schultern rauskommen, meinst du? Ja. Da hast du recht. Ja, bei solchen Höhen. Okay. Probieren wir es mal so. Jetzt mal nebenher eine Sternfrucht. Eine nachweihnachtliche Sternfrucht. Das war gut, schnacke. Ja. 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 die frage ist nur wie man so macht jetzt geteilt es einen Sinn guten Tag du bist nicht schlecht Bruder das war irre diese Mutanten sind ziemlich heftig die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie aber du hast sie einfach abgewurzt nun freut mich dich kennenzulernen ich heiße übrigens Christ gehörst du zu diesem Zug ich wette die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden haben direkt das Feuer eröffnet oder natürlich diese dummen Mistkerle ich bin schon lange genug hier um zu wissen wie das Spielchen läuft die haben da ein Kult glauben dass Technologie die alte Welt zerstört hat daher sind sie hier nicht gerade freundlich zum klugen Typen und ich sie wollten mich gerade einsperren als ich mich bereit erklärte gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen um für meine Sünden zu büßen denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke und was für ein Satanist ich bin ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert und jetzt reise ich nach Osten ich bin diesen Teil des Landes leid es gibt hier nichts mehr zu tun die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien auf der anderen Seite der Volga ist jedoch viel Platz gibt viele Möglichkeiten also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen ziemlich dumm von mir ich kann von Glück reden mit dem Leben davon gekommen zu sein wie auch immer seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf alleine könnte ich ihn nie durchziehen aber wenn ihr auch nach Osten wollt nach allem was ich durchs Fahnglas erkennen kann ist es ein Wunder dass eure Lok noch fährt ne übrigens nimm das Fahnglas ich zeig dir wo alles ist Tja, Idee Schau zuerst zur Brücke siehst du den Abschnitt oben? wenn der Notmechanismus noch funktioniert wird er heruntergelassen Katja aus der Kirche kennt das genauer ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen dort zur Rechten der riesige Hangar das ist das Terminal die Kultisten betrachten es als heiligen Ort da sind lauter Graffitis jetzt Harfisch lebt dort weißt du? dumme Idioten noch weiter rechts siehst du das Gebäude bei den Waggons? das war mal das Zugdepot jetzt gibt es da ein paar Banditen aber der Ort an sich ist nicht schlecht der Bereich daneben ist auch nicht übel dort kann man gut jagen und so in der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen wenn du sie findest kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren es sei denn du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer komm schon jetzt zeige ich dir mein Zuhause das noch ein bisschen markieren wenn ich schon mal dabei bin wenn ich schon mal dabei bin der Lager drauf hält wird es scharf und dauerhaft markiert ich komm gleich warte vollkriegen mit punkten POI's das war ein bisschen schummerig schummerig wie auf wie auf See quasi nur sicherstellen dass ich nichts vergessen habe ok thank you äh wo gut ich da dann das ist meine Höhle und hier lebe ich ist zwar keine Last aber hier ist ein Bett falls du also müde bist fühl dich wie zu Hause ich habe meine Bergwarten zum Basteln gebaut wenn du Munition oder Granaten brauchst kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen du kannst schon hier alles haben was dir gefällt ich kann eh nicht alles mitnehmen na los nicht so schüchtern wer auch immer ich muss dir sagen dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert und sieh dir diese Hände an die wissen wie man repariert bei mir solltest du nicht lange überlegen ob du dich mitmust ich habe von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft und die Arschlöcher mich davon gejagt haben diesen Schwachkippen hat meine Taschenlampe nicht gepasst seitdem darf ich weder drauf noch Brücke betreten das war glaubt dringend notwendig das war glaubt dringend notwendig ich wette die würden glauben dass der jüngste Tag gekommen ist und gerade doch rechtzeitig von ihnen hast du nichts zu befürchten bei den Bestien ist das jedoch anders 44er Magna nimm zum Beispiel diese hässlichen Mutanten von vorhin einer davon ist kein Problem aber triffst du auf ein Rudel solltest du laufen einmal musste ich alles wegwerfen um davon zu kommen und dabei hatte ich wirklich Glück die Schweinehunde sind schlau sie werfen Steine das tut höllisch weh aber Menschen sind immer schlimmer das ist toll ja 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 wir sehen uns lassen sich schicke sachen bauen war ja noch mehr rohstoff borg die märme aus ein bisschen russische musik sie mal an was ist denn das ein schlückchen nehmen ich glaube drei tage jagt sich besser mehr ressourcen haben wir nicht die aussicht ist großartig sie wollte sich die antennen etwa 200 meter von der aurora entfernt ansehen meinte sie hätte da etwas gesehen das ist was zum teufel und was haben die alle gemacht ach schon geh sofort dahin reißt euch zusammen Leute hier laufen vielleicht keine Nasegruppen herum das heißt aber nicht dass wir euch wie ein Haufen Doris verhalten können Milla Ende und aus und was muss ich ja noch sein so ist der klassische drei meter sprung dem jetzt nicht wollen das sind die also schwimmen gehen sollte man vermeiden also ganz pauschal bemerkt mehr loot ist gut so super leise der safe ist meiner so 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 bekannt vor ok da unten ist ein safe house genau die richtung passt auch so 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 doppelschrotflintenpistole also hier könnte ich was machen ok jetzt nur leider ein bisschen an materialien ehrlich gesagt eine geht noch so 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 eine schriftlage aha holz markiert den punkt holz markiert den punkt steckt genau war knapp ist gut ist gut gut ich habe meine hand drum krabbeln auch aufkriegen oder nicht nein ok schön 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 wieso liegst du da weiterhin ist noch die andere Frage geht es nicht okay bis filterwechsel ausgang ich Das war's. Oh, 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 oh. ja man hat einen gewissen reizhusten könnte man es nennen was schild ausfahrt also ausfahrt ausgang denke ich aber ich muss doch noch alles gut zur orientierung auch Okay. Da.